Ja, hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin Werner. Berliner. Super, weil der steht vor der Tür. Und weil wir als Berliner natürlich wieder immer super vorbereitet sind, haben wir euch eine kleine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Fünf Stimmen für Grün brauchen fünf gute Argumente. Vielen Dank. Hey, Werner, es ist noch nicht vorbereitet. Wie? Jetzt noch Inhalte, oder wie? Ja. Wir wollen fünf Stimmen für ein klimaneutrales, lebenswertes und gerechtes Berlin. Und eigentlich ist es ja auch ganz einfach. Bettina wird regierende Bürgermeisterin für Berlin. Warum? Weil ihr Name mit B anfängt. Sie ist natürlich auch eine wirklich coole Sache. Nochmal zur Veranschaulichung. Bettina muss da rein. Oh, sorry, so. Hier. Klimaschutz ist total geil. Verbrenner nicht so geil. Verkehrswende machen wir. 100, nee, danke. Spekulationen mit Miete finden wir nicht so schnieke. Für ein buntes, vielfältiges und diverses Berlin stehen wir ein. So soll auch unsere Zukunft sein. Und damit das auch die Kleinsten schon kapieren, müssen wir eine gute, gerechte Bildung garantieren. So. Laufkiss! 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 Laufkiss!